Yo, liebe Leute, mein Name ist Ivan, herzlich willkommen zu einem neuen Wi-Fi-Battle und wir spielen, ich weiß auch nicht wieso, aber wir spielen mal wieder Juju oder Oyu, Juju. Also im Prinzip einfach ein Komplett-Battle und ja, mal schauen. Okay, wir spielen gegen Stefan, habt ihr vielleicht schon den letzten Battle gesehen, wir machen noch einen zweiten Kampf und ich würde sagen, das ist Juju. Bin mir leider jetzt nicht so sicher. Jetzt die Frage, was für der klügste und beste Lied, den wir machen können. Um ganz ehrlich zu sein, ich würde Porygon lieben. Oder mit Porygon. Oder? Nicht, ich liege Elile mit Ara, Gokman, Voltula. Und kann halt dann immer noch für den Volt-Wechsel gehen. Oder ein Käfergum und Ben nach Tara drin sein sollte. Gigaduane, ich weiß, man kann auch den Energiebeispiel, ich bin aber irgendwie wegen der Recover so ein bisschen. Obwohl, es ist Schwachsinn, Voltula so zu spielen wegen der Recover, weil es eh nichts überlebt. Also, lol, es ist, ja, es ist geteilte Meinung. Also, ich werde definitiv das nächste Mal drauf machen. Okay, Charizard, scheiße. Shit. Egal, ich kann euch trotzdem für den Volt-Wechsel gehen. Und, ähm, ist ja Feuerflug. Und hau mal, ja, Tutok ist ja auch kacke rauszuhauen. Ähm, ich weiß nicht, ich würde auf N-T gehen, würde ich sagen. N-T würde das relativ gut tanken. Ja, doch, ich würde eigentlich auf N-T gehen. Lol, guter Damage. Oder gehe ich auf was anderes? Mir ist die Frage, ob es sich was anderes lohnt. Porygon, mhm, auch so eine Sache. Oder Luna. Luna wäre auch, also unser Nachthara wäre eigentlich auch eine relativ gute Idee. Würde es auch auf jeden Fall tanken. Aber N-T steht eigentlich super safe da. Und ich kann eine Steinkante raus holen. Ach, komm, es wird eh eine Hitzewelle kommen. Ja, also gehe ich auf eine Steinkante. Oder Flammenwurf, Feuersturm, was auch immer. Oder auf jeden Fall eine Feuerattacke. Das heißt, wir, ähm, gehen auf N-T. Ja, Flammenwurf kommt, nice. Ähm, gehen dann auf die Steinkante. Nehmen ihn dann damit raus. Hoffe ich zumindest. Okay, er wechselt raus. Und was soll er gehen? Was, was hat er, was hat er? Gutra. Okay, nice. Hallo Gutra. Denkst du eine Steinkante? Ja, ne? Außer wenn es ein Quit ist. Ups. Lol, das war kein Quit? Lol. Easy gut, war. Easy gut, war. Ähm. Okay. Er könnte jetzt Lehmbröhe drauf spielen. Aquale, was auch immer. Würde sich in der Sonne eh nichts gut machen. Ich gehe auf meinen Pommes-Panzer. Pommes-Panzer, go. So, weil er, ich gehe, kann das Ding Donnerblitz? Ne, ich glaube nicht. Vielleicht gemacht er auf dem Draco. Würde ich aber trotzdem auch noch mit meinem Pommes-Panzer gut tanken. Ähm. Ja, tanken wir, tanken wir, tanken wir, easy. Easy peasy. So, und jetzt ist die Frage, was würde er wechseln? Ich gehe einfach mal auf eine Aurasphäre, weil ich vielleicht seine Nachthara predicte. Aber er bleibt drin. Okay. Wäre also wirklich, mhm. Wäre auf jeden Fall gut gewesen, für uns zumindest. Aber auch Aurasphäre trifft immer. Was von daher, besser als gar nichts. Damit ist Gudra schon mal raus. Ein sehr starkes Mon. Ein sehr starker Freight für uns. Und wir können, wir können jetzt eigentlich mit dem Pommes-Panzer erstmal drin bleiben. Außer wir sind wieder ein Glorak. Weil dieser Solarbeam, der würde uns ganz schön kaputt machen. Und den möchte ich eigentlich ungern enthaken. Ich könnte auch mit Pommes-Panzer drin bleiben. Und ihn opfern. Und dann halt mein Votula-Safe rein. Und wäre auch eine Möglichkeit. Okay, er hat Rosarale reingerufen. Was mache ich gegen Rosarale? Es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Gift-Attack gekommen. Äh, ein Gigadrain kommen. Ich gehe davon aus. Das Ding wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Matschbomber haben. Und ich spiele ein kugelsicher Brigeron. Das heißt, er kann mir dagegen nichts tun. Er macht erstmal den Gigadrain. War klar. Das heißt, ich kann meine Spikes auslegen. Und die Sonne verliert an Intensität. Intensität. So. Und ich gehe jetzt erstmal auf den Stachler. Okay. Er wechselt raus. Okay. Cherry-Zart. Oh, die Sonne kommt wieder. Die Sonne kommt wieder. Ähm. Bedingten wir jetzt seinen Flammenwurf wieder? Eigentlich ist es jetzt zu obvious. Ich könnte besser auf Nachtara gehen. Ähm. Weil Nachtara wird es auf jeden Fall denken. Ähm. Werde da was anderes machen. Obwohl, was kann er eigentlich machen? Ja, okay. Luftschnitt könnte er spielen. Ähm. Müsste uns dann auch... Ja, doch. Ich gehe auf Nachtara. Ist auf jeden Fall besser. Oder ist klüger, so zu spielen. Sagen wir es mal so. Ist auf jeden Fall klüger. Okay, der Flammenwurf. Loll, macht er viel Damage. Hätten wir auf jeden Fall besser wieder mit Ente getankt. Aber ja, klar tanken wir den Bedachtara. Okay, ähm. Spiel ich Toxin? Oder Schmarotzer? Ich spiele mal einen Wunschtraum. Vielleicht wechselt er raus. Luna, es ist so süß. Und so geil in Schein. Die muss man ja auch mal ganz klar sagen. Es ist so schön in Schein. Also ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. LOL, es kann Dunkelklaue. LOL. Okay, ähm. Ähm. Ich gehe mal auf den Schmarotzer. Wenn er Dunkelklaue drauf hat, gehe ich wirklich für den Schmarotzer. Wenn ich jetzt nicht den Burn bekommen sollte. Ja, okay, habe ich auch nicht. Ist schon laufen. Boom. Damit ist Glorak raus. Und die Sonne müsste eigentlich jetzt auch gleich nächste Runde aufhören. Oder diese Runde sogar schon. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, nächste eigentlich, ne? Ja. Eine Runde bleibt noch die Sonne. Okay, Roserade kommt wieder rein. Roserade ist Gift. Ich gehe jetzt wieder auf meinen Briegeron. Weil er kann mir eigentlich nichts machen dagegen. Wie gesagt, weil ich Kugelsicher habe. Es könnte sein, dass ich mich wirklich vertue und er mir wirklich was machen kann. LOL, der Zauberstein drauf. LOL. Ups. Okay, er kann mir was machen. Shit. Muss ich es eigentlich jetzt sterben lassen, ne? Hm, 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 hm. Ich muss es sterben lassen, damit ich NTSafe reinholen kann. Ja, Briegeron, du hast nicht viel gemacht. Wir gehen auch mal auf eine zweite Lagen Staffler. Auf jeden Fall gut gemacht. Vielen Dank für den Job, den du nicht gemacht hast. Okay. Okay, Giftschlamm, er ist jetzt wieder voll. Ich könnte, wie gesagt, jetzt... Ja, ich muss eigentlich... Ich muss in mein Ente gehen. Gehe mit Ente dann für ein Flammenblitz. Und mit diesem Flammenblitz muss ich es einfach ausmachen. Ja. Ganz einfach. In die Flammenblitz nicht. Läuterfeuer. Mit Läuterfeuer muss ich es einfach ausnehmen. Hat der irgendwie ein Feuer-Pokémon? Nee, ne? Oh, halt so. Wenn das burnt, wäre das so geil. Wenn der das Läuterfeuer jetzt burnt, ey, das wäre so mega geil. Das ist 50-prozentige Schanze. Und? Wow. Sorry, auf jeden Fall dafür. Wirklich, aber 50-prozentige Schanze von Läuterfeuer halt, ne? Muss man immer mit einrechnen. Ah, auf jeden Fall. Okay, ähm... Ich gehe in Luna. Obwohl, nee, 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 nee. Klunder, Klunder, werden wir nicht tanken. Ähm... Pommes-Panzer, du hast auch einen guten Job erfüllt. Obwohl ich die neu sterben lassen würde, gerne, aber... Ich muss... Ich brauche das Ende hier noch halt, ne? Easy, die tanken wir, Alter. Die tanken wir. Easy. So, und der müsste in der nächsten Runde dann dadurch sterben. Das heißt... Rein theoretisch... Kann ich für den Akku, weil der würde auch Spaß gehen. Einfach aus Spaß. Ich hätte auch, okay, ich würde in Aurasphäre gehen können, aber... Akku-Hölle ist Step. Plus Fähigkeit-Bonus. Auf jeden Fall bessere Wahl. Und... Ach, ein Puls hätte eh kein Damage gemacht. Also von daher, ähm... War das mal eine klügste Wahl, die ich hatte. Auf jeden Fall. So, und Roserado macht mir so ein paar kleine Probleme. Ich werde aber für einen Drachtenputz gehen. Und jetzt kommt Digimon im Hinterputz. Das ist richtig gut wieder. Badam... Farbe ist... Ja, Giga-Sauber war klar. Denken wir auch nicht. Ne. Schade, Pommes-Panzer. Schade. Schade. Auf jeden Fall. Guter Job. Guter Job. Guter Job hast du gemacht. Jetzt kann ich eh für auf einen Läuterfeier wieder gehen. Also irgendwie... Irgendwie machen wir immer das gleiche. Läuterfeier. Vorregern kam noch nicht zum Einsatz bis jetzt. Sparen wir uns auf, unseren Geheimwaffel. Die Entity direkt poppt die Pie. Okay, ähm... Ich gehe, ja... Safe für einen Läuterfeier. Also... Das ist der beste Play, den ich machen kann. Ähm... Noch Tali ist sein. Lol, er hat auch noch einen Nachtara. Shit, dann habe ich gerade Totop dumm weggeschmissen. Okay, ich habe... Kann zwar mit... Lol. Weil Bandit Entity macht so viel Damage. Wow. Okay. Nice. 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 Ne, ist doch nicht komplett... Wenn das komplett... Oder ist das speziell? Egal. Ich bleibe einfach drinnen. Ich habe eh nur noch drei Läuterfeuer. Oder beziehungsweise jetzt nur noch zwei. Ähm... Das heißt, ich darf es jetzt nicht mehr so verkacken. Er hat noch zwei Monsters. Das heißt, es muss jeweils zum... One-Hit ausreichen. Und er hat Kysselia. Okay. Ich habe Luna. Immer so schmeiße ich Luna. Ja, ich packe Luna safe rein. Ich gehe jetzt erstmal in den Dings. Und schmeiße dann Toxin auf Kysselia. Wenn es halt ein Cormain-Kysselia sein sollte. Und es ist Donnerwelle. Nice. Ich würde ja sagen, das habe ich bei dem Dread. Aber um ganz ehrlich zu sein. Never. Aber, Leute. Ich gehe auf eine Ampelleuchte. Sehr effektiv. Reicht zum To-It. Und er dürfte uns nicht rausnehmen. Von den Werten her. Okay. Reicht doch nicht zum To-It. Oder es war gerade Max. Oder beziehungsweise es war Min-Damage. Von Min-Damage. Und die Jürgen könnten ihn jetzt damit rausnehmen. Und? War es Min- oder Max-Damage? Eigentlich müsste es nicht ausreichen. Lol. Oder? Ja, doch. Dann war das gerade Min-Damage. Lol. Dann reicht das doch aus. Okay. Sieht eigentlich hier auch verdammt gut aus. Und ich kann jetzt meinen Votula auch hier sehr safe sterben lassen. Gehe aber trotzdem nochmal für eine Ampelleuchte. Und würde dann in N-T reingehen. Also, ich kann halt ein 4-0 daraus rausholen. Wenn ich jetzt... Wenn es ausreicht. Oder halt ein 3-0. Ist auf jeden Fall beides gut. Und auf jeden Fall wieder gut gespielt. Und bevor ihr denkt, ich lade immer nur die Kämpfe hoch, wo ich gewinne. Nein. Ich lade ja auch Kämpfe hoch, wo ich verliere. Bloß, wenn ich an einem Fall Kämpfe mache. Dann kann das sein, dass ich mal ganz oft gewinne. Mal kann es auch sein, dass ich echt verliere. Zum Beispiel die VWC-Battle, die ich jetzt letztens gebracht habe. Da hatte ich ja auch einige verloren. Und andere Tage habe ich dann... Denkte, wow. Der hätte 2 Wochen, 3 Wochen jedes Match gewonnen. Das kann ja nicht sein. Aber das ist so tagesabhängig bei mir. Mal habe ich einen guten Tag. Mal bin ich einfach super kacke. Okay. Damit ist Rosa gerade raus. Und wir gewinnen das Match. 4-0 safe. War auf jeden Fall super, super tolle Kämpfe. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Würde ich mich noch sehr überfreund. Eben noch einmal GG dran. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Und was noch? Ja, ein Kommentar wäre auch cool. Wenn ihr auch mal GG-Kampfen wollt, wisst ihr ja alles in der Beschreibung. Twitter anschreiben oder so. Immer am besten. Da habe ich den besten Überblick. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Würde ich sagen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Liebe Leute. Geof. Und bis dann. Vielen Dank.